Stage 5 Wenn ich richtig weiß, ist das einfach bloß der Weg zum Schloss Ja genau Bis zum Schloss und das war's Noch nicht mal Endgegner dazwischen Aber entsprechend wenig Zeit hast du hier jetzt auch Wenn du hier siehst 165 Ja nervt nicht Ihr großen Viecher Nervt nicht Ohne 3 Uh, das wird lustig Jetzt kann ich 3 Boomerang-Ränge werfen 3 auf 2 So Herz Jetzt geht's hier lang So So Ein bisschen Geld 700 Punkte Yay Rollen wo es Oh man, ich hasse diese Viecher da Stopp Ist doch komisch aus, aber den finde ich irgendwie niedlich da den kleinen Der ist furcht Ich wäre fast nämlich reingeflogen Die 4 Sekunden, aber die kleinen sind voll süß Zack, zack, zack Tot Da oben flog jemand Nein Ach man, hallo Und ne komplette Erweiterung weg Und ne komplette Erweiterung weg Ohhhh Alles weg, alles weg Komplett weg Autsch Ich hab dich leider nicht warnen können, weil ich hab's erst gesehen und er zugesandert hat Bei mir leckt es nicht so schnell So Nächster Abschnitt Er hat auch ne Peitsche wie ich Äh, das ist ein Fledermaus, sieht man nur schlecht Wieder so ein Skelettkrieger, tot Ich will mein Ich will mein Teil wieder haben Mein Bumerang Oh, ne, ihn kann ich nicht sein Wird aber nicht mit dreimal dann sein Du bist ein Leben Blöde Fledermaus Könnte mich nix So Das ist der Eingang vom Schloss Schön So Reingeht's Tür ist offen Wie kommt's bloß